Letzten Sonntag fand im Kulturhaus in Bruck der vorletzte Jazzbrunch für dieses Jahr statt. Auch dieses Mal waren viele Besucher gekommen, um Jazz vom Feinsten zu genießen. Seit 1984 ist der österreichische Saxophonist Karl-Heinz Miklin immer wieder mit argentinischen Musikern in Südamerika und Europa unterwegs. Doch nun war Bruck an der Reihe. Wir haben heute Prof. Karl-Heinz Miklin zu Gast mit seiner Gruppe Quenta Ito Argentina. Und sie bringt uns Weltmusik, kann man sagen, Musik, die aus Argentinien stammt, aber hier in Europa gespielt wird. Kompositionen von argentinischen und österreichischen Künstlern. Und ich möchte sagen, es ist ein profunder österreichischer Jazzmusiker bei uns. Wir sind sehr froh, dass wir ihn bei uns hier haben. Und er bringt gewaltige Stimmung in unser Haus herein, eben mit südamerikanischem Flair. Karl-Heinz Miklin und Quartetto Argentina gestalteten diesen Jazzbrunch zu einem ganz besonderen Erlebnis. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.